So, jetzt sind wir ein paar Freunde, wir sind Neo Tokio. Wir spielen jetzt das 3 und in Tokio. Zeichen Underpass ohne die Erhebung an der Seite. Aber Tokio, immer Tokio. Ich verstehe, weiß nicht warum. Aber okay, wenn das Spiel das so will, ist das so. Zu schnell. Ich war zu schnell dran. Ich komme an! Nein! Schade. Aua. Was soll ich denn machen? Da war nichts mehr zu retten. Leider. Das war jetzt ein glücklicher Zufall, würde ich mal sagen. Das war ein glücklicher Zufall. Das war jetzt nicht gut, als ich stehen geblieben bin. Sonst hätten sie ein Lackzoll gemacht. Alter, bin ich dumm. Alter, bin ich dumm. Nein, ich wollte ihn an die Wand hauen. Alter, bin ich dumm. Scheiße. Das war jetzt ein glücklicher Zufall. Das war jetzt ein glücklicher Zufall. Das war jetzt ein glücklicher Zufall. Ich bin ein glücklicher Zufall. Das war jetzt ein glücklicher Zufall. Was ist das? Alter! Oh was? Man! Oh no! Oh! Oh no! Oh! Oh no! Was? Jawohl! Leute, ich weiß was ich sage, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß nicht, was ich da habe, ein Goal, ich könnte Stimmy jetzt einfach mal, dann klappt das Leute, Leute! Wieso ? Was war nix? Was war nix? Was war nix? O NEEE! There was a big attack that is done though! MACHEN! O NEEE! O NEEE! O NEEE! O NEEE! Bester Spieler sogar noch! Jawoll Leute! Geil! Level up! Leichts? Nein, es reicht nicht ganz Es reicht nicht ganz Es reicht nicht ganz Es reicht nicht ganz Oh Leute, Leute, Leute Bis zum nächsten Mal Kommentieren, teilen und mich Abonnieren Bis zum nächsten Mal Tschüss